Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunsch für dich zu erreichen und auf Dauer zu halten. Herzlich Willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und ich bin gut drauf. Ich habe dir eine super Podcast-Episode mitgemacht. Ich glaube, das habe ich in letzter Zeit zu fassen jede Episode gesagt, aber Leute, ich bin einfach gut drauf. Jede Episode ist hier wunderbar, macht mir wunderbar viel Spaß und ich hoffe, das kann ich ja ein bisschen, diesen Euphorismus ein bisschen mit euch teilen. Warum weiß ich, dass das eine hervorragende Podcast-Episode wird? Weil ich habe in meine Statistiken geschaut und habe mal mir angesehen, was ist die Episode, die am häufigsten heruntergeladen wurde? Welche Episoden kamen bei euch sehr gut an? Und eine Episode darunter, eine, die ziemlich weit oben war, das war die Episode, die ist schon sehr, sehr alt. Da habe ich über meine Top-Erkenntnisse gesprochen, nachdem ich 70 Kilogramm abgenommen habe. Die Episode kam sehr gut an und genau deshalb dachte ich mir, ich mache quasi eine Version 2.0 davon. Heute, ich glaube, den Podcast gibt es mittlerweile auch schon über zweieinhalb Jahre. Es ist ja auch jetzt noch viel Zeit vergangen. Ich habe zwischendurch ein Buch geschrieben. Ich habe eine super tolle Abnehm-Community aufgebaut. Ich habe viel mehr Menschen helfen können. Da dachte ich, da sind eine Menge neue Erkenntnisse dazugekommen, die ich ja jetzt in einer neuen Episode nochmal mit dir durchgehen könnte. Meine Top-5 Erkenntnisse, nachdem ich 70 Kilogramm abgenommen habe und nachdem ich jetzt seit zweieinhalb Jahren diesen Podcast hier habe, das Buch geschrieben habe und dergleichen. Ich komme auch gleich sofort auf Erkenntnis Nummer 1, aber ich muss ganz kurz auf das Stichwort, ich habe es gerade schon genannt, Buch zu sprechen kommen. Klick im Kopf. Wenn dir dieser Podcast dir gefällt, wirst du Klick im Kopf lieben. Das ist mein Buch, ein Buch über das Thema Abnehmen, Abnehmen, Motivation, eine neue Person werden, das Gewicht auf Dauer halten, keine Essanfälle mehr bekommen. Und wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wenn dir die Themen hier gefallen, wirst du das Buch lieben. Es hat schon über 200 positive Amazon-Bewertungen, was ich hervorragend finde. Vielen Dank für jeden, der das bewertet hat. Und falls du es dir durchlesen willst, kannst du es dir einfach auf Amazon bestellen. Einfach nach Klick im Kopf suchen. So, das war der obligatorische Werbeblock. Und jetzt kommt es zu der ersten Erkenntnis von fünfen, nachdem ich 70 Kilogramm abgenommen habe. Eine Erkenntnis über das Abnehmen. Die Erkenntnis Nummer 1 ist, oder ich sage eher, dass man so eine Regel, erstens ist, du musst akzeptieren, dass es länger dauern wird. Das musst du von vornherein akzeptieren. Ich nehme an, dass die Hörer dieses Podcasts hier, das heißt der XXL-Helden-Podcast, dass sie jetzt nicht nur fünf Kilo abnehmen müssen. Vermutlich 20, 30, vielleicht sogar auch mal 50, 80, vielleicht auch gar 100. Ich nehme an, dass die meisten Zuhörer hier sich in diesen Camps befinden. So wie es auch damals war. Deshalb heißt es ja auch XXL-Helden. Und für diese Personen, für uns alle, für mich war das auch sehr wichtig, von vornherein zu akzeptieren, dass es lange dauern wird. Du wirst scheinbar viel Zeit rein investieren müssen. Es wird dir scheinbar lange vorkommen und du darfst nicht den kurzlebigen Ergebnissen hinterherlaufen. Im Übrigen ist das auch eigentlich nur fair. Wenn man sich mal vor Augen führt, wie lange es gedauert hat, bis man das Gewicht sich angefuttert hat. Das ist über Jahre passiert. Und jetzt hat man die Chance, das Ganze vielleicht innerhalb von einem Jahr oder neun Monaten oder vielleicht 15 Monaten rückgängig zu machen. Eine neue Person zu werden. Finde ich das eigentlich ziemlich fair. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, eigentlich, dass es lange dauern wird. Denn eigentlich, im Verhältnis gesehen, ist es ja gar nicht so viel. Aber ich weiß ja, wie wir Menschen ticken. Wir alle wollen, wenn wir etwas haben wollen, es am liebsten gestern haben. Genauso ist es beim Abnehmen. Natürlich würden wir alle gerne einmal kurz mit dem Finger schnipsen und dann wäre das Gewicht weg. Funktioniert nicht, gibt es nicht. Von vornherein akzeptieren, okay, es wird etwas länger. Ich darf sehr lange an mir und meinem Körper arbeiten, an meiner Gesundheit arbeiten. Ich habe gerade bewusst das Wort darf benutzt, weil es eine hervorragende Sache ist, weil es eine wunderbare Sache ist, weil es eine superschöne Sache ist, an sich zu arbeiten, sich zu verbessern, eine neue Person zu werden, ins Fitnessstudio zu gehen, zu schwitzen, die Kalorienbilanz einzuhalten, sich gesund zu ernähren, wunderbares, frisches, knackiges, grünes, rotes, gelbes, hervorragendes, strahlendes Gemüse zu essen. Das sind wunderbare Dinge. Das ist eine wunderbar lange Reise, wo man jeden Moment genießen darf und sollte. Die erste Handlung ist also zu akzeptieren, dass es lange dauern wird. Du wirst nicht das Gewicht, das du vielleicht über 10, 15, 20 Jahre dir angefuttert hast. Das wirst du nicht in zwei Wochen los. Das wirst du auch nicht in zwei Monaten los. Das wirst du vielleicht in einem Jahr los. Und wenn ich ehrlich bin, hört es dir ziemlich gut an eigentlich, nach einem ziemlich guten Deal. Also akzeptiere, dass es nicht nach zwei Wochen vorbei sein wird. Und Grund Nummer zwei, ich konnte mich gerade schon nicht ganz beherrschen, da ist die Leidenschaft etwas mit mir durchgebrannt. Lerne es zu lieben. Lerne es zu lieben. Leute, Sport ist der Wahnsinn. Gesunde Ernährung ist der Wahnsinn. Ich liebe es. Jedes Training, jede Minute davon. Und wie ich jedes Mal spüre, wie jede einzelne Faser meines Körpers sich zusammenzieht, wenn ich die langen Handel hochhebe. Ich genieße den Muskelkater. Ich genieße das tolle Essen. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Die meisten ziehen aber so eine lange Fresse beim Sport. Die gehen dort gezwungenermaßen hin. Die bezeichnen es als Qual. Die sprechen von Sport ist Mord. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Sport ist genau das Gegenteil von Mord. Sport verlängert dein Leben. Sport macht dich gesund. Sport macht dich jung. Sport hält dich jung. Sport macht dich gesund. Sport ist der reine Wahnsinn. Es gibt nichts Besseres als wunderbaren, schönen Sport. Und deine Einstellung demgegenüber ist ganz entscheidend dafür, ob du das Ganze durchziehst, wie du das Ganze durchstehst. Wenn du von Anfang an ins Fitnessstudio gehst, mit der Einstellung, oh, ich muss jetzt 60 Minuten aufs Laufband. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und nach 30 Minuten werde ich mir wünschen, ich wäre zu Hause. Und ich werde alle 5 Minuten auf diese Uhr gucken und mir denken, oh, wie lange dauert das noch? Was wird dann passieren? Was wird dann passieren? Es wird genau das passieren, was du dir ausmalst. Du wirst es furchtbar finden. Du wirst es als Qual empfinden. Du wirst 20, 30, 15 Minuten vorher aufhören vor dem Ziel, das du dir eigentlich gesteckt hast. Und du wirst nach Hause gehen und du wirst es als Qual ansehen. Und wenn du es als Qual ansiehst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt, bis du dann die Sporteinheiten ausfallen lässt und bis du dann wieder anfängst zu naschen. Deshalb sage ich, lerne es zu lieben. Es ist kein Kampf gegen deinen Körper. Es ist kein Kampf gegen die Kilos. Es ist eine wunderbare, tolle Reise, die du mit deinem Körper gehen darfst zu einem neuen, schlanken und gesunden Ich. Du musst es lernen zu lieben. Denn, und hier kommt Erkenntnis Nummer 3. Erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Das musst du wirklich verinnerlichen. Erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Es bedeutet, dass das Abnehmen keine, in Anführungsstrichen, einmalige Sache ist. Es ist nicht so, dass du einmal abnimmst, dann dein Wunschgewicht für alle Zeiten erreicht hast und das auf ewig hältst. Sich gesund zu ernähren, aktiv zu sein, das hört nicht auf. Das ist ein neuer Lebensstil, den man adaptieren muss. Eine kurzzeitige Diät funktioniert nicht. Nicht, weil du dadurch nicht abnimmst. Das tust du definitiv. Wenn du jetzt die Kohlsuppendiät machst und du wirst abnehmen ohne Ende. Du wirst ganz viel Gewicht verlieren. Das Problem ist nur, du wirst es auch wieder zunehmen. Denn du willst dich ja auch irgendwann mal wieder normal ernähren. Du willst ja irgendwann mal wieder etwas anderes als Kohlsuppe essen. Und dann wirst du wieder zunehmen. Und deshalb sage ich, erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Wenn du durch die Kohlsuppendiät jetzt 5 Kilo verlierst, dann aber wieder 7 zunimmst, hast du nicht erfolgreich abgenommen. Du hast wieder zugenommen. Das bedeutet auch, egal, wenn du jetzt 10 Kilo verlierst und 12 wieder zunimmst, hast du nicht erfolgreich abgenommen. Du musst einen Ansatz finden, der auf Dauer funktioniert. Und deshalb bin ich auch ein Feind von Diäten. Im Sinne von, ich verbiete mir dieses und jenes Lebensmittel. Ich verbiete mir diese und jene Kohlenhydrate beispielsweise. Ich verbiete mir Zucker auf Dauer. Das ist etwas, das man nicht auf Dauer durchhalten kann. Aber genau das ist notwendig, um erfolgreich abzunehmen. Denn erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Und wenn du dich jetzt für eine sehr restriktive, also eine Ernährung entscheidest, wo ganz viele Lebensmittel verboten sind, wo du dich in bestimmten Phasen ernährst, Phase 1, 3 Wochen nur diese Lebensmittel, Phase 2, 3 Wochen nur diese Lebensmittel oder sowas. Du wirst dadurch abnehmen, verspreche ich dir. Du wirst aber auch wieder zunehmen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, du musst einen Ansatz finden, der auf Dauer funktioniert. Und das beinhaltet in der Regel, dass du dir nichts verbietest, dass du dich einfach nach gesundem Menschenverstand gesund ernährst und dass du hin und wieder auch mal deine Schokolade isst und auch deine Kalorien mal eine Zeit lang überwachst. Also, erfolgreich abgenommen hast du nur dann, wenn du auch nicht wieder zunimmst. Erkenntnis Nummer 4. Und das ist eine gigantische Erkenntnis. Die habe ich, wünschte ich, hätte ich viel früher gehabt. Erkenntnis Nummer 4 ist, Abnehmen ist vielmehr eine Veränderung des Geistes statt des Körpers. Natürlich möchtest du deinen Körper verändern, um abzunehmen. Und natürlich verändert sich dein Körper, wenn du abnimmst. Aber erfolgreiches Abnehmen, das, ich wiederhole es, wir erinnern uns, ja nur dann passiert ist, wenn du nicht wieder zugenommen hast. Erfolgreiches Abnehmen erfordert vielmehr eine Veränderung des Geistes, der Gewohnheiten, Gewohnheiten, deiner Ansichten, deiner Prioritäten und nicht deines Körpers. Sport und das Ernährungsverhalten zu ändern, Sport und das Ernährungsverhalten zu ändern, das ist nur eine Symptombekämpfung. Als nehme ich, ich sage dazu immer, ich bin mal in die Apotheke gegangen, weil ich hatte trockene Augen. Also habe ich mir dort Augentropfen geholt. Ich habe mir die Augentropfen geholt, habe mir die in die Augen getropfen lassen und meine Augen waren nicht mehr trocken. Wunderbar, ich konnte weiterarbeiten. Am nächsten Tag waren meine Augen wieder trocken. Ich nehme also wieder die Augentropfen, tröpfe mir in die Augen, meine Augen sind nicht mehr trocken. Wunderbar. Ich arbeite also weiter. Es wäre ja schlauer, sich mal zu überlegen, hey, warum trocknen meine Augen eigentlich die ganze Zeit aus, statt die ganze Zeit nur die Symptome, die trockenen Augen, durch die Augentropfen zu bekämpfen. Ich arbeite einfach zu viel. Ich habe zu lange, zu sehr am Computer gearbeitet. Ich habe zu viel Arbeit investiert, beispielsweise als ich das Buch geschrieben habe oder sowas. Ich habe zu viel vor dem PC gehangen, vor dem Bildschirm gehangen und deshalb waren meine Augen die ganze Zeit ausgetrocknet. Es wäre vielleicht schlauer, die Bildschirmzeit zu reduzieren, statt mir Augentropfen zu holen. Und genauso ist es, wenn du dein Sport und dein Ernährungsverhalten änderst, aber grundsätzlich dieselbe Person bleibst. Wenn du das nur kurzzeitig änderst, ist das eine Symptombekämpfung. Als würdest du Augentropfen in die trockenen Augen träufeln. Dein Gewicht ist eine logische Folge deiner Gewohnheiten, deiner Ansichten, deiner Prioritäten. Und die musst du ändern. Das musst du ändern. Die Gewohnheiten, die Ansichten, die Prioritäten, die musst du ändern. Und nicht das Essverhalten, das Sportverhalten. Also natürlich musst du das auch verändern. Sonst verlierst du kein Gewicht, das ist klar. Aber das wirst du automatisch verändern. Wenn du neue Gewohnheiten etablierst, wenn es dir wirklich wichtig wird, gesund zu sein, wenn du andere Prioritäten hast, wenn es dir wichtig genug ist, regelmäßig Sport zu machen, dich gesund zu ernähren, dann kommt das so nebenbei quasi. Wenn du dich geistig auch wirklich veränderst und nicht nur körperlich, dann kommt die körperliche Veränderung quasi nebenbei. Man sagt dazu ja auch, einem gesunden Geist folgt ein gesunder Körper und da ist eine Menge Wahres dran. Also dein Gewicht ist nicht eine Folge deines Sport- und Ernährungsverhaltens. Also das ist es schon. Aber dein Sport- und Ernährungsverhalten ist eine Folge deiner Gewohnheiten, Ansichten und Prioritäten. Wenn es eine Priorität für dich ist, jedes Mal nach der Arbeit irgendwie auf der Couch Fernsehen zu schauen und dann nicht ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist die logische Konsequenz, dass dein Sportverhalten zu wünschen übrig lässt. Wenn deine Priorität jetzt aber ist, viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und wenn das dann bedeutet, dass du nach der Arbeit eben auch mal ins Fitnessstudio fahren musst, dann ist die logische Konsequenz, dass du ein anderes Sportverhalten hast, das zur Folge einen schlankeren Körper hat. Also Abnehmen ist vielmehr eine Veränderung des Geistes statt des Körpers. Und es macht keinen Sinn, Augentropfen in die trockenen Augen zu träufeln. Du solltest überlegen, warum hast du trockene Augen und da die Ursache angehen. Und Erkenntnis Nummer 5 und auch dir ist super wichtig, dein Körper ist fair. Dein Körper ist fair. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, dann tut er es auch. Und fürs Schummeln bestraft er dich. So einfach ist das auch. Wenn du zu viel isst, nimmst du nicht ab. Wenn du dich im Kaloriendefizit befindest, nimmst du ab. Dein Körper ist super fair. Der ist unparteiisch. Der ist weder für dich noch gegen dich. Der macht genau das, was er tun sollte, als unparteiische Instanz quasi. Fürs Schummeln wirst du bestraft und dein Körper merkt es immer, wenn du schummelst. Der merkt es immer, wenn du schummelst. Dafür wird er dich bestrafen. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, wird er dich dafür aber auch fürstlich entlohnen. Dazu habe ich gar nicht mehr zu sagen und ich denke, das ist auch ein gutes Stichwort. Dein Körper ist fair. Das ist ein gutes Schlusswort. Dein Körper ist fair. Ich hoffe, diese fünf Erkenntnisse haben dir weitergeholfen. Vielleicht noch einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Akzeptiere, dass es längere Zeit dauern wird. Wenn du das Gewicht über mehrere Jahre angegessen hast, angefuttert hast, kannst du es nicht in zwei Wochen verlieren. Lerne, die Reise zu lieben. Sport, gesunde Ernährung, all das ist der pure Wahnsinn. Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt als Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren, gesund zu sein. Zwinge dich nicht zum Sport. Es ist ein Sport. Jeder einzelne Schritt auf dem Laufband, jeder einzelne Pedal, jedes einzelne Mal, wenn du die Pedale umtrittst auf dem Fahrrad, ist es ein weiterer Schritt Richtung deinem Wunschgewicht. Und das ist doch was Wunderbares. Also lerne es zu lieben. Drittens, erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Das bedeutet, dass du einen Ansatz finden musst, den du auf Dauer durchhalten kannst. Die Kohlsuppendiät, du wirst sehr schnell sehr viel Geld, vielleicht nicht unbedingt Kohlsuppe, ist vermutlich relativ günstig, aber du wirst sehr viel, sehr schnell sehr viel Gewicht verlieren, aber du wirst auch sehr schnell sehr viel Gewicht wieder zunehmen. Und das heißt für mich, dass du nicht erfolgreich abgenommen hast. Punkt Nummer vier, Abnehmen ist vielmehr eine Veränderung des Geistes statt des Körpers. Dein Übergewicht ist ein Resultat deines Sport- und deines Essverhaltens, aber diese wiederum sind ein Resultat deiner Ansichten, deiner Prioritäten, deiner Gewohnheiten. Und die musst du ändern. Die liegen, die sind quasi an der Wurzel. Die musst du ändern. Und daraus ergibt sich automatisch ein anderes Sport- und Essverhalten. Punkt Nummer fünf ist, dein Körper ist fair. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, dann tut er es auch. Und fürs Schummeln wirst du bestraft. Fürs Fair Play wirst du aber auch belohnt. In diesem Sinne, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, wenn dir diese Erkenntnisse gefallen haben, dann wirst du mein Buch Klick im Kopf lieben. Du kannst sie auf Amazon bestellen und das war es auch schon jetzt für diesen Werbe-Blog. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg für deine nächste Woche, für deine nächsten Monate. Und wir hören uns hier in der nächsten Episode wieder. Ciao. 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 Ciao.